Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach ein Ticket und heute habe ich das Spiel Guild of Heroes. Viel Spaß. Und da sind wir schon wieder. Meld ich mal Google Play. Machen wir später. So. Verstanden. Oh. Spielen. Da 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 da. Da da da. Den. Überspringen. Na gut, dann machen wir den. Anheuern, Partner. Machen wir mal. Schaffe ich das denn? Normale Schwierigkeit. Spiel mal. Normal ist eigentlich machbar. Würde ich sagen. Wenn nicht, kann ich ja danach nochmal spielen und anheuern. Okay. Autoplay haben wir drinnen. Doppelgeschwindigkeit gegen Wack Premium. Hab ich überhaupt meine Taschen leer. Ah, meine Taschen sind voll. Das ist ja ein bisschen doof. Da hab ich auch richtig frei nachgeschaut. Oh, sieht aber schlecht für mich aus. Ich bin gestand. Oh, deswegen. Ich war nicht mal aktiv. Hahaha. Dadurch, dass ich in der Tasche gewühlt habe. Ist Autoplay ausgegangen. Aber. Ja, doch. Da schaff ich ihn auch. Guck mal. Hier. Zack. Zack. Das ist aber trotzdem hart. Okay. Drei von vier. Ich hab noch 18 Tränke. Oh, müsste ich ja schaffen, ne? Lebensenergie ist auch wieder fast voll. Also, ich hab keine Zweifel, dass ich das nicht schaffe. Vier von vier. Da kommt jetzt da was. Und dann muss ich schnell den Shop und Sachen verkaufen. Weil meine Tasche so klein ist. Also Sachen verkaufen, Tasche kaufen. Oh, der macht aber ganz schön Schaden. Das sieht vielleicht doch nicht ganz so gut aus. Okay. Dann noch geschafft. Verstanden. So, was nehmen wir alles mit? Und ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal eine grüne Sache mit. Runen brauchen wir bestimmt. Das ist eine Fähigkeit, die kann ich ja erstmal. Okay. Jetzt hab ich noch zwei Plätze. Hier, warte. Den Trank kann ich noch. Da reinpacken. Das ist 46, 46, 40, 105. Schon mal gut. 46, 46, 46, 46, 46, der auch, der auch. 47, 47, 74. Da wird er noch mit. Ja, das war's. Erweitern. Level beenden. Schwer. Okay. Jetzt erstmal. Wow, what is das? Das hat mich einfach rausgeschmissen. Das habe ich öfters beim Spiel, dass mich das Spiel kickt. Keine Ahnung warum. Dann spielen wir noch einmal. Lernen die Tasche. Und, und, und machen wir. Und, und. Ja, dann bin ich schon fertig. Komm schon. Auf Freiman. Da bin ich. So, da haben wir. Spielen. Schon gestampelt. Kein gutes Zeichen. Achso, das nächste Fall gespielt. Kein Problem. Ach, warte mal. Heite Diamante. Nee. Nein, das will ich nicht. Ach. Wieder laden? Mhm. Nochmal laden. Ihr seht, wie unstabil das Spiel bei mir auf dem Rechner läuft. Deswegen spiele ich das auch nicht so gerne. Am für sich finde ich das Spiel gar nicht mal so schlecht. Aber dadurch das so unstabil ist, ist es für mich eher so, ja, lieber nicht spielen. Aber das Spiel ist nicht schlecht. Kann man spielen. Auch für ein Handy läuft es bestimmt auch besser. Okay. Ah, jetzt kommt wieder Werbung. Spielen. Was kommt jetzt? Okay. Hier oben ist eine Stadt, habe ich gesehen. Hier. Nee, da ist keine Stadt. Oder ist das eine Stadt? Ich glaube, hier war es wie eine Burgruine, ja. Einige Brücke. Kommt hier irgendwann nochmal eine andere Stadt? Hochlandjäger. Ich glaube, ich hatte ja als Magier angefangen. Dann habe ich allerdings immer bessere Rüstung als Jäger bekommen. Dass ich dann als Jäger weitergespielt habe. Ich glaube, Kriegersachen hatte ich auch schon mal angehabt. Echt Mensch. Noch einmal starten. Das letzte Mal. Wenn er jetzt noch einmal abschmiert, dann ist es vorbei. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Okay, jetzt kommt wieder die eine Werbung. Ich muss Level 25 sein, dann kriege ich einen Begleiter. Oh, Sachen verkaufen. Auf jeden Fall den hier. Und den hier auf jeden Fall auch. Die erstmal behalten. Verkauf mal die Sachen. Ach, da sagt sie, wieso die verkaufen. Na gut, verkaufe ich die auch. Jetzt, ich habe Angst, irgendwas anzudrücken. Und dann, ich habe die Vermutung, wenn ich jetzt irgendwo drücke, dann zack, stürzt er wieder ab. Wer hat es überlebt bislang? Gibt es hier ein Goldgeschenk? Nein, gibt es nicht. Aber das ist doch ein Ausrufezeichen. Ach, stimmt hier. Gratis halten, wenn ich ein Video schaue. Wahrscheinlich deswegen. Gratis. Ah, ich sehe, was passiert. Er legt nochmal neu. Ah, okay, er ist ja nicht abgestürzt. Obwohl, es geht das jetzt abstürzen. Ich weiß es nicht. Ich warte nochmal. Wirklich das allerletzte Mal. Wenn ich noch einmal dieses Bild sehe, ist es vorbei. Wenn ich das Bild sehe, oder wenn das Spiel beendet wird, dann ist es vorbei. Dann ist sowas von vorbei, dass es vorbei ist. Ich labere nur Kacke. Ja, wo kommt das Teil? Da ist es. Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Zurück zur Stadt. Schauen wir uns die Tasche an. Die Sachen sind verkauft. Das ist gut. Öffnen wir diese Truhe. Öffnen wir. Schließen wir. Okay, jetzt haben wir hier einen Trank. Hier einen Trank. Und diesen Trank. Die Runen haben wir. Dann werden wir da mal hinlaufen. Wo ist der Runenmann? Ach, hier ist der Runenmann. Hier kann ich eine Herzruhne einfügen. Die habe ich leider nicht. Ich brauche hier so eine Kreuzruhne, oder wie es heißt. Diamanten. Was war Diamanten? Schriftrollen. Schriftrollen. Saubertränke. Ich muss Saubertränke auf jeden Fall brauen. Fünfzehn. Zwanzig. Nimm mal zwanzig. Oh. Oh. Ah, ich glaube, das ist wieder abgestürzt. Nichts machen. Nichts. Nicht bewegen. Ich wollte noch die andere Truhe, die hier vorne, eigentlich noch aufmachen. Aber. Das Spiel ist abgestürzt. Tut mir leid, dass ich nur den Einkampf zeigen konnte, Leute. Aber ich denke, das wird heute nichts mehr. Holte ich mir jetzt mein Ticket ab und sage, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal direkt wieder da seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.